Harry sagt guten morgen heute am 25 januar 2018 wir haben kurz vor 9 uhr es ist genau 8 uhr 59 minuten wir haben 17 grad es ist ziemlich frisch heute morgen wir haben keinen wind wir haben keine wellen ein traumhafter morgen hier am strand von maspalomas ja und der heutige gruß der geht an eva und frank ihr reisebüro hier auf gran canaria sita reisen im einkaufszentrum sita in der oberen etage die besten reisen zum günstigen preis hier auf gran canaria wenn sie mal die insel erleben möchten dann fahren sie mit eva und frank sita reisen die webadresse www.sita-reisen.com immer die besten ausflüge so und wir freuen uns auf einen schönen tag jetzt genau 9 uhr jetzt wassertemperatur 19 grad also zwei grad wärme wie die lufttemperatur jetzt im moment so mit diesen bildern verabschieden wir uns und sagen hasta mañana haben sie alle einen schönen tag